Moin Lutze! Unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es, Mini-Paluten und das komplette Dorf zu verteidigen. Und dazu habe ich eine neue Mod installiert. Und die gibt uns Zugriff auf diese Waffen. Achso, stimmt. Und ich habe auch irgendwie so eine Rüstung. Ich ziehe die mal ganz kurz an. Achso, C4 zum Sprengen haben wir auch. Raketenwerfer, Granatwerfer. Werden wir alles ausprobieren. Natürlich nur gegen böse Monster. So, warte mal. Alter, krass. Guck euch mal an, wie ich aussehe. Richtig gefährlich. Ja, da guckt der Golem, ne? Hast du Respekt? Ich habe auch das Gefühl, dass ich größer geworden bin. Sag mal, hey! Der muckt. Der will Stress. Hier. Kannst du mal sehen? Ich bin nämlich hier der neue Aufpasser. Guck mal, da oben wurde richtig eingeblendet. Habt ihr das eben noch gesehen? Paluten gegen hier, äh, Eisen-Golem. Krass. Alter, wie die abgegangen ist, ne? Guck mal, man kann hier auch richtig ranzoomen. Ich muss schon sagen, geil programmierte Mod. Link zur Mod ist in der Videobeschreibung. So, jetzt gucken wir mal die anderen. Red Valkyre. Ja, ich nehme mal auch direkt hier die ganzen Munitionsdinger. Ich weiß jetzt nicht, was zu was gehört. Erweitertes Pistolenmagazin. Ah ja, wir haben auch Granaten. Oha! Was ist das denn für ein kranker Skin? Guck mal, die ist so durchsichtig. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so krass feier. Wir nehmen jetzt auch mal so die anderen Waffen alle mit. So, wollen wir ja nichts verschwenden. C4. Ich packe die mal alle hier schön in unser Inventar. Inventar. Jo, wird direkt... Alter, wird alles direkt durchgeladen. Alter, was ist das? Krass. Guck mal da oben. Paluten hat Bauer erschossen. Tut mir leid. Aber es gibt ja noch genug. Ich muss ja... Irgendwie muss ich ja mal zielen. Alter, das ist krass. Ach, guck mal, man hat sogar so doppelten Zoom. Mini-Paluten, genau, komm mit. Alter, was machst du schon wieder? Papa, verteile ich das Dorf. Und der Bauer? Ähm... Das war ein Verbrecher, Mini-Paluten. Ja, ja. Ja, ja, der hat geklaut. Und die werden einfach erschossen? Ähm, ja, nicht direkt erschießen. Aber... Ja? Ja, ich hab ihn erschossen. Tut mir leid. Alter, wie viele Leute leben denn hier bei uns im Dorf? Guckt ihr das mal an? Ja. Oh, da ist eine Biene. Vorsicht, sie greift an! Alter, diese Waffen sind so krass. Ich glaub, das... Nee, ist keine AK-47. Ich weiß, dass ich, glaub ich... Oh, Alter. Auch irgendwie eine AK hatte. Wir gehen mal auf Patrouille. Komm mit, Mini-Paluten. Naja. Pferde. Mhm, Schweine. Sehr gut. Mini-Edgar ist auch da. Oh, hier, wir gehen in die Höhlen. Oh, hier ist sehr dunkel. Ich bräuchte... Hat jemand Nachtsichtgerät? Okay, wir ziehen uns lieber zurück. Oh, hier. Ja, alles sehr... Wir haben leider sehr viele Höhlen hier in unserem Dorf. Aber noch ist nicht Nacht. Oh ja, feindselige Kühe voraus! Oh, Alter. Wie die wecken halt. Ach, guck mal, aber wir haben nur ein Magazin davon scheinbar. Was ist denn jetzt hier mit dem Raketenwerfer? Oh ja. Oh, da wird... Da wird nachgeladen. Alles klar. Äh. Spiel abgestürzt. Ach, Mann. Ich wollte doch gerade den Raketenwerfer abballern. Stürzt das Spiel immer ab, wenn ich versuche zu zielen? Nein. Och, nö. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Junge, es stürzt jetzt immer. Ich habe meine Welt zerstört. Och, nö. So, Leute. Wir sind wieder da. Es ist mittlerweile Nacht geworden. Wir haben uns ein neues Dorf gesucht. Mini Paluten? Ja. Komm mit. Ja, wo? Habe ich schon meine Rüstung an? Ausgezeichnet. Okay, dann gehen wir auf Monsterjagd. Oh, da vorne. Warte mal, habe ich jetzt hier... Granatwerfer. Kein Problem. Wo ist das Monster? Da vorne. Als ob. Das war ja geil. Zack, Alter. Guck mal, die kann nicht alle da vorne hinballern? Keine Chance, der Junge. Au, oh, oh, Alter. Mini Paluten, Vorsicht. Hallo, Hilfe. Geh aus der Schusslinie. Du musst aus der Schusslinie rausgehen. Alter, warum hat der so viel Schaden gemacht? Oder war das von der Explosion? Wir brauchen was zu essen. Komm mit, Mini Paluten. Das Schaf. Oh, Vorsicht, da kommen welche. Wer geballert? Da vorne. Nee, ich habe eine Granate geworfen. Alter, das wollte ich nicht. Vorsicht, Mini Paluten. Ich wollte das hier abbauen. Warte mal. Hier, die raus. Ah, da kommt einer. Oh, Alter. Vorsicht. Easy. Schnell für ein bisschen Brot abbauen. Kommt hier noch irgendjemand? Nee. So, gib mal schnell das Brot. Wir brauchen ein Crafting Table. In der Schmiede wahrscheinlich. Aber hier können wir das eine Brot schon mal direkt essen. Dann reggen wir wenigstens wieder ein bisschen. Kommt hier irgendjemand? Nee, sieht safe aus. Oh, da hinten sind ein paar Slimes. Fire in the hole. Boah, Alter. Wie schnell man die werfen kann. Achso. Das sind Rauchgranaten. Hier, warte. Was ist denn mit denen? Ja, das sind richtige. Oh Gott. Vorsicht. Also mit den Granaten, das habe ich noch nicht ganz so raus. Oh. Au. Ich bin runtergefallen. Oh, Alter. Da war gerade ein Creeper hinter mir. Alles easy. Ja, ich muss jetzt hier mal kurz. Ah. Lass mich in Ruhe. Vorsicht. Keine Munition für die Waffe. Ey, Mini-Paluten. Du läufst manchmal komplett bei Papa in die... ins Feuer rein. Warte mal. Was ist mit der? Haben wir da für Munition? Ja, haben wir. Oder auch nicht. Was ist mit der hier? Haben wir. Okay, No-Scope hat nicht funktioniert. Bam. Mini-Paluten läuft wieder rein. Creeper. Easy. Oh ja, die Waffe ist geil. Die macht auch richtig gut Schaden. Aber wir brauchen immer noch Holz. Zack. Wir sprengen... Ah, ne. Das waren die Rauchgranaten. Ja, wir müssen mal kurz die Haus wegsprengen. Da, was ist mit der hier? So. Warum... Junge, die Granaten können das nicht mal... Warte, warte. Vorsicht. Komisch. Die Granaten sprengen nicht Häuser weg. Gegner, aber keine Häuser. Ich brauche jetzt dringend was zu essen. Sonst werden wir die Nacht hier nicht überleben. So, kurz mal ein bisschen... Mini-Paluten, bist du noch fit? Fit wie ein Turnschuh. Ja, ja. Das dachte ich mir. Sehr gut. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Ja, Mr. Scharf. Edgar, komm bitte mit ins Dorf. Genau. Komm mit. Edgar, komm mit. Nein, das ist die falsche Richtung. Oh, den Enderman. Alter, den snipe ich jetzt weg. Wo ist mein Schnieper? One-Shot ich den? Oh, er hat gesehen, dass ich ihn angeguckt habe. Oh, doch. Ich habe ihn getroffen. Wow. Alter. Alter. Äh. Äh. Ich muss... Äh. Geh weg. Alter, der hat echt viel ausgehalten. Muss ich sagen. Deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Ist noch eine eklige Spinne. Barm, Alter. Die war easy. Aber Enderman. Respekt. So. Einmal Sniper nachladen. Oh, stimmt. Wir haben auch noch C4. Wie mache ich das? Oh, warte. Set-Timer. Und jetzt? Oh. Ah ja. 37 Sekunden. Was mache ich denn so lang? Moin, Edgar. Edgar, du müsstest da, glaube ich, weg. Ja, genau. Genau. Geh. Du musst gehen. Mini Palut ein bisschen schneller. Nee, Edgar, was machst du denn jetzt? Edgar. Du musst weg von ihm. Oh, nein. Junge. Bitte. Bitte. Geh doch nicht noch näher ran. Es tut mir leid. Oh, lecker Fleisch. Oh, guck mal. Hier liegt eine Waffe auf dem Boden. Nein. Oh. Mini Palut. Nein. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nichts davon. Aber er ist nicht mehr da. Doch, 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 da ist er. Junge, wo warst du? Kurz Brötchen holen. Wie Brötchen holen. Oh, es wird aber langsam wieder Tag. Oh, Gott sei der. Das ist dann doch stressiger, als ich dachte. Und er hier? Was macht er? Oh. Oh. Ja. Ich bin jetzt der Chef hier. Oh, eine Enderpearl. Hätte GLP die mal geworfen. Das sagst du auch immer, wenn es ums Thema Enderpearl ist. Ja, natürlich. Ist doch nicht so schwer. Enderpearl nehmen. Und whoop. Zack, Alter. Schon bist du weg. Und hast freie Schussbahn auf deine Feinde. Zack. Ey, was ist denn heute los? Der Schuss ging durch den Zombie durch. In das Schwein, was noch dahinter stand. Zack. Oh, Leute. Es ist wieder Tag. Wir haben die Nacht überlebt. Es gab Verluste. Das gebe ich gerne zu. Aber das Wichtigste ist, dass wir überlebt haben. Und Mini-Paluten. Der hoffentlich irgendwo unter mir ist. Sag mal, wo ist denn der? Der macht immer nur Quatsch. Aber nur gut, Leute. Das war's mit dieser kleinen Folge Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Schaut doch gerne auf paluten.shop, falls ihr selber einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. Inklusive persönlich von mir unterschriebene Autogrammkarte. Und, Leute, danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.